Ja, hallo, ich bin Sven und heute möchte ich mal gerne meine Gedanken mit dir über Arbitrage-Bots teilen. Ja, es gibt Trading-Bots, die versprechen dir Gewinne, indem automatisiert mit Artificial Intelligence, neuronalen Netzen irgendwie besser zu traden als der Markt. Und dann gibt es die Arbitrage-Bots. Und in beiden Fällen werden User mit vermeintlich risikolosen Gewinnen geködert. Und oftmals ist es so, dass einfach die alten User ihre Gewinne nur aus den Einlagen der neuen User bekommen. Klassisches Schneeballsystem, was irgendwann zusammenbricht. Oder das Projekt sammelt einfach Kapital ein, zum Beispiel wie beim Plus-Token, wo ein Arbitrage-Bot angeworben, beworben wurde. Und irgendwann sind die Jungs dann einfach mit der Kohle abgehauen. Also Arbitrage-Bots, Trading-Bots, beides ist ein perfekter Nährboden für Scams. Und bei Arbitrage gibt es halt nochmal diesen besonderen Effekt, diesen Mythos der risikolosen Gewinne. Da es mir nicht darum geht, jetzt irgendeinen Arbitrage-Bot oder irgendeine Software zu bewerben, sondern einfach meine Gedanken zu teilen, Aufklärungsarbeit zu leisten, möchte ich einmal kurz nochmal dir an einem Beispiel zeigen, was es mit dieser Arbitrage-Idee auf sich hat und welche Gefahren damit verbunden sind. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Ganz einfaches Beispiel durch, um zu verstehen, warum Arbitrage-Bots scheinbar einen risikolosen Gewinn im Gegensatz zum Trading-Versprechen. Hier mal ein einfacher Algorithmus, ein Beispiel. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Hier geht es also darum, ich habe Tokens und Cash auf Börse A und B. Der Token, den ich handele, ist der sogenannte Test-Coin. Den handele ich gegen USD, US-Dollar. Und mein Ziel ist hier im Prinzip auf Börse A den Token zu halten und im gleichen Wert auf Börse B. Also hier zum Beispiel habe ich einen Test-Coin im Wert von 100 Dollar. Das ist derselbe Preis wie auf Börse B. Hier kann ich noch kein Arbitrage machen. Also hier habe ich 100 Dollar in Tokens und hier 100 Dollar in Cash. Und jetzt warte ich darauf, dass der Preis fällt. Das passiert hier im nächsten Schritt, um sagen wir um 5 Prozent. Börse A ist der Preis immer noch 100 Dollar. Habe ich also 100 Dollar. Auf Börse B habe ich 95 Dollar. Der Preis ist gefallen. Aber weil ich auf Börse B ja keinen Token habe, sondern nur eine Cash-Reserve, ist mein Wert weiter insgesamt auf beiden Börsen 200 US-Dollar. Jetzt möchte ich gerne diesen Arbitrage-Vorteil, diese Preisdifferenz ausnutzen. Das mache ich, indem ich hier meine Cash-Reserve nutze und einen Token kaufe für 95 Dollar. 5 Dollar behalte ich hier einfach in Cash. Das heißt, es hat sich also hier an der Bilanz gar nichts geändert. Ich habe weiter einen Gesamtwert von 100 Dollar eben aufgeteilt in 95 Prozent Token und 5 Dollar, 5 Prozent in Cash. So, jetzt möchte ich gerne den Arbitrage-Gewinn auch realisieren, denn hier habe ich ja noch keinen Gewinn gemacht. Und dazu muss ich den günstigen Testcoin, den ich hier gekauft habe von Börse B, muss ich hier an Börse A transferieren. Ich gehe jetzt einfach mal aus, es gibt keine Transfergebühren und der Transfer findet instantan, also ohne Zeitverzögerung statt. Dann habe ich auf Börse A auf einmal, weil hier der Preis sich noch nicht verändert hat, weiter 100 Dollar in den Orderbüchern stehen. Das heißt, ich habe zwei Tokens, die sind also 200 Dollar wert. Auf Börse B habe ich aber weiterhin meine 5 Dollar Cash-Reserve, die ich hier noch nicht ausgegeben habe. Der Token hat hier nur 95 gekostet. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt einen Tokenwert und Cashwert von 205 Dollar. Ich kann also hier auf Börse A jetzt sofort die Tokens für 100 Dollar verkaufen und habe dann quasi 205 Dollar. Jetzt kann ich, habe ich im Prinzip schon nominell den Gewinn realisiert. So, jetzt möchte ich ja eigentlich auf Börse A Tokenliquidität und in gleicher Höhe auf Börse B Cashliquidität halten. Das heißt, ich balanciere das jetzt aus. Also die, auf der Börse A möchte ich Tokens haben im Wert von 102,50 Dollar und auf Börse B Cash im Wert von 102,50 Dollar. Ja, das sieht dann so aus, dass ich dann die Tokens im Prinzip nochmal für 100 Dollar hier nachkaufe. Also ich transferiere hier entsprechend Cash und Tokens hin und her. Dann habe ich also auf Börse A 1,025 Tokens. Ja, der Preis ist 100 US-Dollar weiterhin. Der Wert ist aber 102,50 Dollar. Auf Börse B habe ich jetzt eine Cashreserve von 102 Dollar und ich habe weiterhin Gesamtwert von 205. Jetzt ist der Preis hier 95 Dollar und 100 Dollar und ich kann davon ausgehen, dass durch andere Händler der Preis sich weiter angleichen wird. Das heißt, die treffen sich dann jetzt einfach mal für dieses Beispiel in der Mitte bei 97,50 Dollar. Wenn ich dann davon ausgehe, der Preis passt sich dann an, sinkt also insgesamt etwas 97,50 Dollar. Dann habe ich ja hier eine etwas geringere Bilanz bei 99,93 US-Dollar, habe aber weiterhin, weil ich hier meine Cashreserve habe, 102,5. Und wenn ich jetzt die Summe nehme, dann habe ich, obwohl der Preis sich hier angepasst hat, nach dem ganzen Schauspiel noch 202 Dollar, also 2,43 Dollar mehr, als ich tatsächlich vorher investiert habe. Das heißt, jetzt kann ich das wieder so ein bisschen ausbalancieren und habe dann einen kleinen Gewinn und starte dann hier wieder mit dem Szenario, aber eben mit einem Dollar oder eineinhalb mehr. Genau, und das ist so, dass die Idee hinter dem Arbitrage, jetzt gehen wir mal auf die Risiken und auf die Probleme ein. So, dann habe ich hier, ich blende die Punkte mal alle ein hier, kann man die schon mal lesen, wer möchte. Ja, was sind die Risiken? Also die Risiken sind, dass der Spread zwischen Ask und Bitpreis einfach zu hoch ist. Das heißt, dass ich hier gar nicht günstiger dann tatsächlich in Orderbüchern mit meinem Cash einkaufen kann, auch wenn der Preis hier fällt. Also sprich, die Möglichkeiten des Arbitrage sind sehr selten. Dann muss ich natürlich, das habe ich jetzt komplett hier einfach auf Null gesetzt, Tradinggebühren und Transfergebühren, die müssen abgezogen werden. Die sind zum Beispiel bei Binance 0,1%. Okay, bei 5% hier würde das wahrscheinlich, werde ich immer noch im Gewinn, aber ich muss es eben entsprechend hier mit einkalkulieren. Wenn die Tradinggebühren jetzt zu hoch wären, dann, ja, also zumindestens schmädert das dann auch bei vielen Trades ganz gewaltig dann natürlich meinen Gesamtgewinn. Ja, dann habe ich das Problem, dass mit zunehmender Anzahl der User die Gewinnerwartung sinkt. Und das ist ja auch klar, denn nur die schnellsten Händler bekommen den Trade. Wenn hier jemand sieht, der Preis ist hier gefallen und kann dann hier mit Cash nachkaufen und die Coins dann rüber transferieren. Ja, es muss ja auch wirklich dann jemandem gelingen, dann schnell dann diesen Preis dann auszuführen. Deshalb sind auch auf den Börsen die Preise sehr, sehr ähnlich, weil es eben Abitragehändler gibt, nicht nur Bots, ja, und Tradingprogramme, sondern auch natürlich User, die sagen, hey, ich möchte gerne zwei von diesen Coins haben und das auf Börse B einfach billiger. Ja, und diese Trades, die werden dann natürlich ziemlich schnell ausgefüllt, ja, insbesondere wenn das Volumen sinkt, wenn der Preis natürlich sinkt und Verkaufsdruck weiter da ist. Das ist natürlich wieder eine andere Situation. Aber Fakt ist, bei den Abitragebots sinkt einfach der Gewinn, ja, wenn ich also einen Bot habe, der gut funktioniert, eine schnelle API hat, ja, dann gehöre ich und ich gehöre zu den ersten Händlern, dann kann ich Glück haben. Aber sobald dann zwei, drei hinzukommen, die dasselbe machen, ja, jeder möchte natürlich diesen Gewinn mitnehmen, dann funktioniert es einfach nicht mehr, ja, weil meine Order nicht ausgeführt wird, es wird mir weggeschnappt. Und teilweise haben wir wirklich, wie beim Trading auch, dass dann die Börsen selbst sogar dann einfach das Orderbuch dann schließen und selber dann diese Abitragegewinne dann mitmachen oder mit Händlern zusammenarbeiten, die dann entsprechend dann bevorzugt werden. Das ist natürlich hochmanipulativ und illegal, aber es kommt im Kryptomarkt auch vor. Das darf ich nicht vergessen, insbesondere bei kleineren, unregulierten Börsen. Dann, ja, ändern sich die Preise während des Trades, ist klar, jemand schnappt mir dann quasi dann den Preis zurück oder auf den anderen Börsen, auf der anderen Börse wird viel stärker gedumpt. Das heißt, ich glaube nur, dass der Coin auf Körse Börse günstiger ist, aber während ich den Trade hier ausführe, ja, ist der Kurs schon auf Börse A noch weiter eingebrochen. Tja, und dann funktioniert es eben auch nicht mehr, dann habe ich eventuell zu hoch eingekauft und muss mit dem Verlust dann wieder nachkommen oder den Verlust realisieren. Dann, wenn ich viele Arbitrage-Trades habe, ja, vielleicht hunderte am Tag, weil ich wirklich nur 0,01% Margen dann damit rechne, sind das auch viele steuerliche Vorgänge. Und ich muss ja dann auch irgendwie dem Finanzamt erklären, ja, dass der Trade sich im Prinzip auf Relation von Börse A zu B bezieht. Das kann ich aber schlecht, wenn ich auf Börse A dann den Token gekauft habe und es eben nur danach geht, ja, für welchen Preis hast du den denn gekauft? Und ja, da kommen dann eventuell ganz andere steuerliche Beträge dann dazu, auch sehr kleine, aber die machen natürlich dann meine Gesamtgewinnmarge dann auch kaputt. Ja, dann muss ich eventuell mit Gebühren rechnen, dass diese Arbitrage-Bots, die ja über schnelle Schnittstellen verfügen müssen, schnelle APIs, die vielleicht serverbasiert sind, weil selber meine Trading-Software das gar nicht mehr handeln kann, ja, weil die das Signal einfach zu lange braucht, um über die API dann tatsächlich den Trade auszuführen. Dann kaufe ich mir eine professionelle und die kostet natürlich dann eine monatliche Gebühr, nur mit dem Vorteil, dass eben mein Trade schneller ausgeführt wird, als bei den meisten Händlern. Ja, dann gibt es noch das Problem, dass die Transfers zum Beispiel nicht möglich sind. Zum Beispiel hat man ganz oft bei koreanischen Börsen dann unglaubliche Spreads, dass dann Bitcoin, was weiß ich, 1000 Dollar teurer ist. Ja, aber das funktioniert deshalb nicht, weil ich dann, wenn ich auf einer koreanischen Börse bin, zwar vielleicht Geld einzahlen kann und Tokens, aber ich kann im Prinzip das Geld nicht wieder, ich kann es nicht wieder ausbalancieren. Ich bekomme es eventuell gar nicht runter oder, ja, es wird dann erst geprüft, ob ich als Ausländer überhaupt berechtigt bin, auf dieser Börse zu handeln. Dann hat man Geld da aber schon hingeschickt und komme dann eventuell nicht mehr ran. Ja, also auch sowas daran muss man denken und natürlich, dass eine Börse auch jederzeit Auszahlstops dann bewirken kann. Aber gut, das Risiko habe ich ja generell, wenn ich auf Börsen trade. Ja, aber der Transfer ist wichtig insofern, weil ich ja eben sehr schnell auch hier meine Position ausbalancieren möchte zwischen den Börsen. Das muss ich tun, von Zeit zu Zeit zumindest. Und ja, das ist eventuell mit hohen Kosten verbunden oder eben nicht möglich. Ja, und dann natürlich die Gefahr, dass Scammer eben, wie beim Plus-Token, eben nicht an den Arbitrage-Margen gewinnen wollen, weil, warum bietet jemand eine Arbitrage-Software an, wenn sie funktioniert? Ja, dann hat er ja risikolose Gewinne und benutzt das System selbst. Warum soll er die Gewinne mit seinen Usern teilen? Ja, weil das gar nicht sein primäres Ziel ist, sondern gegebenenfalls sein Ziel ist es, das Geld nicht über die Arbitrage-Gewinne zu realisieren, sondern von naiven Nutzern, die eben diese Idee, Arbitrage ist risikolos und rentabel, da kann ich ja kein Geld verlieren, da kann ich meinen ganzen Lebensersparnisse reinwerfen. Ja, genau auf diese User haben es dann die Scammer abgesehen und ziehen dann mit den Kundengeldern davon und werden nie wieder gesehen und ja, vielleicht auf irgendwelchen Wasch-Trading-Plattformen. Ja, aber das ist eben das Problem, dass beim Thema mit Arbitrage eben mehr Geld mit naiven Nutzern gemacht wird, als mit dem Prinzip an sich. Und dazu wollte ich eben ja hier mit diesem kleinen Beispiel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, du kannst dir selber mal kurz durchrechnen, wie viel Arbitrage-Möglichkeiten es gäbe. Ich habe auch mal so Bots laufen lassen, die einfach die Preisunterschiede zwischen zum Beispiel Kraken und Bitcoin.de, das habe ich auch schon vor Jahren gemacht, doch mal stichpunktartig ausgelesen haben und geguckt haben, wie viel hätte ich den Preisunterschied, hätte ich denn jetzt mitmachen müssen. Ja, meine persönliche Ansicht ist, es gibt theoretisch auf kleinen Börsen die Möglichkeit, tatsächlich Arbitrage durchzuführen, aber eben nur so lange, bis eben keine anderen Händler eben dazukommen und ihre eigenen Trading-Schnittstellen setzen. Interessant sind auch dezentrale Börsen, den Spezialfall möchte ich nochmal kurz erwähnen, weil ich da ja mit meiner zum Beispiel Metamask oder mit einem Eosio-Account dann gleichzeitig dann mit den Smart Contracts apiieren kann. Das heißt meine, ich handle im Prinzip ja bei einer dezentralen Börse direkt auf meiner Wallet und meine Cash-Reserve ist quasi gleichzeitig dann dadurch, dass ich direkt mit dem Token handele oder mit meiner Wallet handele, ja, ich muss hier keine US-Dollar oder Euro von einer Börse auf die andere transferieren, weil ich ja schon bei einer dezentralen Exchange hier tatsächlich schon gelistet bin. Aber auch da mittlerweile gibt es auch bei den Börsen, wo dann vielleicht manche Tokens nur mit ein, zwei Euro am Tag gehandelt werden. Sobald es da zu einem Arbitrage kommt, eine Arbitrage-Möglichkeit geht und wo nur wenige Cents verlustfrei Gewinn gemacht werden, macht es jemand. Und ja, es ist schon interessant, das dann zu beobachten. Ja, das wollte ich an dieser Stelle mit dir teilen. Ja, was denkst du zu meinen Ausführungen über Arbitrage-Bots? Hast du da eine etwas andere Meinung? Ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich auch über ein Like und über ein Abo, wenn dir mein Content gefällt. Wenn ja, dann freue ich mich. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Okay, dann gehen wir bitte fast. Okay. Okay. Vielen Dank.